Wofür soll ich hin? Ich geh mal da lang. Was ist denn da so los? Hallo? Hallo? Eine Flagge, ja. Wie wird los? Hallo? Ne, anscheinend nicht. Da lang ist so bescheuert gemacht, ey. Schlimmert sind Teil 2. So, wo geht's denn da lang? Hallo? Zu, zu, zu. Wieso komm ich da jetzt nicht rüber? Das ist ein Assassin, da würde ich sagen, dass er die 5 wieder nicht hochkommt, oder was? Aber das hat irgendwas mit dem hier zu tun. Umsonst ist es ja eben nicht offen. Warte mal, wenn ich jetzt mal da hochgehe. Das wäre mir schon aufgefallen. Klappt sogar, was ich denke. Ist aber Hammer. Endlich klappt hier irgendwas im Spiel. Wo bin ich jetzt gelandet? dimensional? Ist das normal, oder was? forced da hoch, oder? Cool, Mann, hab's geschafft. Hell, ich hab's geschafft, Mann, ich hab's geschafft. Dunkelheit! Doch nicht. Den unten, den unten durch den Ruin erkunden. Ich glaube er ja da hoch war. Und? Wow, endlich geklappt. Ich bin so ein Bro. Nicht runterfallen. Da ist ganz heiß. Ja, klar. Schaff ich's, schaff ich's, schaff ich. Ach du heilige Kacke. Der klappt sogar endlich. Endlich was, was klappt. Ach so. Gut. Ich glaube ich muss wieder hier hoch, oder? Dann da und da. Weil ich glaube, ja, hm. Okay. Mann, siehst du was halt hier vielleicht. Ob man auch kann, oder nicht. Hä? Ach so. Gut. Alter. Ich bin so gut, ey. Das glaubt mir keiner nicht von meiner Mutter. Was? Wo? Hä? 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 Fick dich doch. Das ist immer jemand. Manche sind halt nicht so schnell, wie du das vorschreiben kannst. Was ist das für ein Altarraum hier? Was ist das für ein Altarraum hier? Ich will mal in die Flagge ran. Mal in die Flagge ran. Ich hoffe, ich muss dann... ...da hoch. um an Banner ranzukommen. Banner! Guck mal, da liegt ein Banner. Was ein Spanner ist. Dann ist es irgendwie runter und dann irgendwie, dann irgendwie ja und dann genau, ja genau wie ich es gesagt habe. Warum ist es überhaupt in der Höhle ein Banner, wo es überhaupt keiner sieht? Und jetzt? Was ist doch denn? Wo kam ich denn? Komm ich jetzt von da oder von da? Okay, von da komm ich. Gut. Dann muss ich wahrscheinlich da hoch. Dann irgendwie da rum oder so. Dann, ich glaube... Da Saka 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 muss ich da raus. Nun komme ich wieder hier hoch. Wow. Da ist was. Ich will da hin. Ich komme da dran. Ich komme da dran. Da komme ich doch. Hä, jetzt bin ich hier verwirrt. Ach, ich muss... ach so. Ich verstehe. Okay. Ich muss jetzt da dran. Genau so wollte ich es machen. Genau so. Bisschen runter. Bisschen da dran. Bisschen runter. Ah. Okay, jetzt bin ich genau da, wo ich hingehen wollte. Diese Steuerung, Mann. So, jetzt gehe ich noch da hoch. Was überhaupt gar nichts bringt, denke ich mir mal. So. So. Ich muss aber jetzt hier wirklich nach links, oder? Ich bin so ein Pooh, Alter. Jetzt reicht's. Da springt sie überall rum. Entferde. Okay, da drin kuic unitze. Da. Gut. Bitter hoch. Bisschen rechts. Either. Da. Wow. Ah! Puh, Schwenkabt!